Willkommen zu einem neuen Video von CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um die ASUS Expert Wi-Fi Serie. Vor circa einem halben Jahr haben wir uns das Mech-System aus der Expert Wi-Fi Serie angesehen und zwar die IBM 68, das zugehörige Testvideo hier an dieser Stelle auch nochmal verlinkt. Nun schauen wir uns einige andere Systeme an und dann haben wir fast alle Modelle eigentlich durch. Es gibt dann noch ein Modell, das wird dann noch in Zukunft kommen, dazu später noch was. Zu Beginn noch ganz schnell, ASUS hat mir freundlicherweise diese Systeme für das Testvideo bereitgestellt an dieser Stelle, vielen Dank. Nun verschaffen wir uns aber erstmal einen Hardware-Überblick. Vor mir stehen jetzt aktuell folgende Produkte, wir haben hier einmal den Expert Wi-Fi EBR63, das ist ein neues Router-Modell mit integriertem WLAN. Dann haben wir hier einen Smart Managed PoE Plus Switch mit vier PoE-Ports und einem Uplink, das alles sind Gigabit-Ports. Dann haben wir hier noch den kleinen 9-Gigabit-Router, den EBG15 mit insgesamt fünf Ports vorne, also fünf Netzwerk-Ports, davon können drei Ports als Erwarn-Port genutzt werden. Und dann haben wir hier noch den EBR63 Access Point. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell Schritt für Schritt die einzelnen Systeme durch. Starten wir mit dem EBR63. Der EBR63 ist ein sehr kompakter Router, wie man schon erkennen kann, mit insgesamt vier externen Antennen, die aber jetzt nicht verschraubt sind, sondern sie sind fest verbunden mit dem Gehäuse. Und die lassen sich in dieser Position quasi verändern. Das sind die Möglichkeiten. Das Ganze hat Gründe und die sind wie folgt zu finden, nämlich in der Positionierbarkeit. Man kann ihn natürlich einmal so positionieren, wenn man den einfach hinstellt. Dann gibt es die Möglichkeit, hier am Boden etwas auszuklappen. Ihr seht es, dann kann man den so hinstellen und dann macht es natürlich Sinn, dass man die Antennen nach oben positioniert, wie jetzt zum Beispiel so oder so. Also diese Möglichkeit ist gegeben. Oder natürlich die Wandinstallation, das heißt man würde es zusammenklappen und dann so installieren. Die ganzen Netzwerk-Ports finden wir auf der Rückseite, aber wir gehen mal Schritt für Schritt erstmal von vorne durch. Also typischerweise haben wir hier das Asus-Logo, das Expert-WiFi-Logo und dann hier die Status-LEDs. Das ist soweit einfach nachvollziehbar. Auf der Rückseite haben wir dann folgende Anschlüsse. Einen 1-Gigabit-WAN-Port, vier 1-Gigabit-LAN-Ports. LAN 1 kann aber auch als WAN-Port zusätzlich noch konfiguriert werden. Es gibt eine USB 3.0-Schnittstelle, eine USB 2.0-Schnittstelle, den Eingang für die externe Spannungsversorgung, einen An-Aus-Taster, einen WPS-Taster und einen Reset-Taster. Und vom Prinzip her ist das die Ausstattung vom EBR 63, wenn wir von außen drauf schauen. Dann schauen wir natürlich nochmal schnell auf die Spezifikationstabelle. Der Asus Expert-WiFi EBR 63 hier ganz links. Also die Anzahl der Netzwerk-Ports, maximale Anzahl WAN-Ports und so weiter, alles klar. WLAN hat den integrierten Dual-Band-Aufbau mit 2,4-Gigahertz-Band. Das Ganze mit einem 2x2-Aufbau in beiden Frequenzbändern und Wi-Fi 6 als WLAN-Standard. Dementsprechend ist die maximale theoretische Datenrate im 5-Gigahertz-Band klar. Wir schauen aber nochmal auf die Details, was die WLAN-Ausstattung angeht. Hier seht ihr das auch nochmal, also 2x2-Aufbau, 160 Megahertz-Support im 5-Gigahertz-Band. Und dementsprechend sind die Datenraten soweit klar. Insgesamt also eine einfache Ausstattung, keine super High-End-Aufstattung. Aber wir sind natürlich hier auch in einem Preisbereich unterwegs, der eben nicht nach High-End schreit. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Ausstattung für viele Anwendungsfälle. Dann sprechen wir als nächstes über diese beiden Systeme hier. Ihr seht schon, die sind gleich groß. Wenn man die so stapelt, kann man das, glaube ich, super erkennen. Die unterscheiden sich aber trotzdem in Hardware und Funktion. Das eine ist ein Router, das andere ist ein Switch. Wir gehen das jetzt mal schnell durch. Das ist der ASUS Expert Wi-Fi EBG 15, ein Gigabit VPN-Wired-Router ohne WLAN. Expert Wi-Fi-Serie passt trotzdem, weil er eben auch zum Beispiel die Access-Points managen kann. Dazu aber später nochmal was. Ausstattungstechnisch, wir sehen schon super kompakt. Haben wir aber vom Prinzip her folgende Ports. Fünf Netzwerk-Ports vorne, das erste ist der WAN-Port, dann folgen vier 1-Gigabit-LAN-Ports. Das sind wieder alles 1-Gigabit-Ports. Die Netzwerk-Ports zwei und drei können optional als WAN-Port genutzt werden. Dementsprechend haben wir hier maximal drei WAN-Schnittstellen plus die USB-Schnittstelle, die ebenfalls als WAN-Schnittstelle mit zum Beispiel einem Mobilfunk-Endgerät, also Smartphone oder sowas, genutzt werden kann. Zusätzlich ein Reset-Taster. Und ja, hier Status-LEDs sind auf der Rückseite der Anschluss für die externe Spannungsversorgung. Dann sprechen wir über den Asus Expert Wi-Fi EB-P15, den Smart Managed PoE-Plus-Switch, der ein bisschen anders ausgestattet ist. Wir haben auch wieder fünf Netzwerk-Ports. Hier auch noch den Anschluss für die externe Spannungsversorgung plus ein Reset-Taster. Unter den fünf Netzwerk-Ports haben wir folgende Merkmale. Das sind alles 1-Gigabit-Ports wieder. Die ersten vier Ports sind PoE-Plus-fähig, der fünfte nicht. Das heißt, das ist vom Prinzip her der Uplink-Port. Der vierte Netzwerk-Port kann als Konsolenanschluss genutzt werden. Konsole ist hier aber nicht jetzt Konsole, also RS-232 oder sowas, sondern darüber kommt man halt auf das Web-Interface drauf, wenn man das denn möchte. Was man aber nicht muss, denn wenn man jetzt hier einen Asus Expert Wi-Fi-Router hat, dann wird das System halt in das Mesh mit eingebunden und kann dann komplett über den zentralen Router gemanagt werden. Das muss jetzt auch nicht der EBG-15 sein. Das kann jetzt auch zum Beispiel ein EBR-63 sein oder ein anderes Asus-System, dazu aber später auch noch was. Vom Prinzip her ja, das sind diese beiden kleinen Systeme. Dann sprechen wir über das vielleicht interessanteste System des neuen Expert Wi-Fi-Line-Ups und das ist dieser Access-Point, der Asus Expert Wi-Fi EBA-63, Asus erster Access-Point. Die Oberfläche, um das direkt zu nennen, wirkt wertig, ist aus mattem weißen Kunststoff, was natürlich schon mal sehr schick ist und auch langfristig gut aussehen wird, zumindestens wirkt das erstmal hier so. Wir haben Asus-Logo hier, Expert Wi-Fi-Logo und hier und daneben die Status-LED, also auch recht übersichtlich. Hierseitig haben wir dann einen Kensington-Log, also so eine Diebstahl-Sicherung, sage ich jetzt mal, könnte man hier anbringen und die Rückseite ist komplett aus Metall, dient natürlich zur Kühlung, ist aber auch direkt wieder so ein Punkt, wo das Ganze sehr wertig und robust wirkt. Montage, man sieht es schon, könnte man unterschiedlich machen, das heißt, es wäre einmal möglich, natürlich Schrauben einfach in der Wand zu befestigen und dann diesen Access-Point einzuhängen, das ist eine Möglichkeit. Oder man nutzt eben hier diese Halterung, die beiliegt, die verschraubt man an Decke oder Wand und dann kann man die eben hier so nutzen, um den Access-Point dann eben einzuschieben. Die ist allerdings recht schwergängig, muss man ehrlich sagen, aber wie gesagt, so oft demontiert man den Access-Point ja auch nicht, also von daher ist das nicht verkehrt. Die ganzen weiteren Anschlüsse findet man dann hier in dieser Einbuchtung. Ich glaube, man kann es vielleicht so ein bisschen erkennen, ansonsten blende ich euch das Ganze nochmal groß ein. Da haben wir vom Prinzip her einen Reset-Taster, einen 1-Gigabit-LAN-Port und einen Stromanschluss. Vom Prinzip her, das System wird natürlich per PoE versorgt grundsätzlich, das heißt, wenn man nimmt einen PoE-Switch, wie zum Beispiel eben den passenden EBP15, muss aber nicht unbedingt der sein, kann auch das kommende Gateway EBG19P sein, oder natürlich irgendein anderer beliebiger PoE-Felga-Switch beziehungsweise Injektor. Oder man nutzt halt wirklich das externe Netzteil, das auch beiliegt. Also da hat man unterschiedliche Optionen. Insgesamt wirkt das Ganze schon mal recht interessant. Natürlich bei einem Access-Point interessiert mich natürlich vor allem mal die WLAN-Hartware. Da haben wir hier einen 2x2-Aufbau im 2,4 und 5 GHz Band. Als WLAN-Standard wird WiFi 6 genutzt und bei den jeweils maximalen Kanalbandbreiten kommt dann folgendes raus. Im 2,4 GHz Band maximal 574 Megabit bei 40 MHz Kanalbandbreite und im 5 GHz Band maximal 2402 Megabit bei 160 MHz Kanalbandbreite. Das Ganze jetzt auch noch mal in der WLAN-Tabelle in der Mitte und das kann man, glaube ich, ganz gut so nachvollziehen. Damit sind wir die vier Expert-WiFi-Systeme dieses Videos durchgegangen. Jetzt schauen wir uns natürlich Testergebnisse an. Angefangen im Bereich WLAN, da schauen wir uns EBR 63 und EBR 63 an, die natürlich recht vergleichbar sind von ihrer Hardware-Ausstattung, sich aber aufgrund der anderen Antennen-Charakteristik natürlich in der Performance unterscheiden. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt direkt an. Wir starten im 2,4 GHz Frequenzband. Das Ganze hier bei 20 MHz Kanalbandbreite und die Ergebnisse sind ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass im 2,4 GHz Band mit WiFi 6 und für 20 MHz Kanalbandbreite maximale theoretische Datenraten von 287 Megabit ermöglicht werden. Das ist gerade beim EBR 63 dann schon ein richtig gutes Ergebnis. Trotz allem, wie gesagt, hier in diesem konkreten Fall der EBR 63 ein bisschen besser. Also man sieht auch, die WLAN-Charakteristik macht schon einiges aus. Die Hardware ist ja doch recht ähnlich, aber die Charakteristik der Antennen natürlich anders, weil ein Access Point natürlich anders eingesetzt wird in der Regel als zum Beispiel ein Router. Dann haben wir als nächstes die 5 GHz Performance, das Ganze auf Kanal 36 bis 64 mit 160 MHz Kanalbandbreite. Hier ist dann die Charakteristik des EBR 63 tatsächlich von Vorteil in diesem Testaufbau. Da performt der einfach etwas besser. Im Nahbereich macht es jetzt nicht so den großen Unterschied auf mittlerer Distanz auch noch nicht, aber dann mit steigender Distanz gibt es dann natürlich größere Unterschiede. Trotz allem kann man sagen, im Nahbereich wird definitiv die 1 Gigabit-Schnittstelle annähernd voll gemacht. Mehr geht halt einfach nicht aufgrund dieser Schnittstelle. Ich finde das Ergebnis ist soweit ganz gut. Man merkt aber auch der EBR 63, da muss man sich halt mehr Mühe geben bei der Positionierung. Das hat hier halt definitiv dann auch mitunter teils Nachteile. Dann schauen wir nochmal auf Kanal 100. Dort ist eine höhere Sendeleistung zulässig. Die wird von beiden Systemen ganz offensichtlich genutzt. Da ist die Performance erheblich höher. Man kann es wunderbar erkennen. Also das ist ein Riesenanstieg. Und dementsprechend, wenn möglich, kann man natürlich hier Kanal 100 nutzen. Wichtig ist aber, beide Systeme unterstützen kein Zero-Wade-DFS. Das sollte man natürlich an der Stelle wissen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal schnell im Vergleich an. EBR 63, einmal auf Kanal 36 und einmal auf Kanal 100. Da kennt ihr nochmal, der Unterschied ist halt wirklich riesengroß Abmesspunkt 3. Dann sprechen wir nochmal über Testergebnisse beim Asus EBR 63, also dem Access Point. Das Ganze zuerst einmal auf Kanal 36 bis 64 wieder, nämlich 80 MHz Kanalbandbreite gegen 160 MHz Kanalbandbreite. Und da seht ihr schon, dass das in diesem Fall, gerade in so einem Setup wie hier, dann nicht so den Riesenunterschied macht und dementsprechend hier 80 MHz Kanalbandbreite zu bevorzugen sind in vielen Situationen. Das würde ich euch auch grundsätzlich hier bei dem Access Point empfehlen, weil gerade wenn man mehrere Access Points im Einsatz hat, dann ist bei 160 MHz Kanalbandbreite einfach nur die Möglichkeit da, den einen auf Kanal 36 bis 64 zu betreiben und den anderen auf Kanal 100 bis 128. Ansonsten hat man eben Überschneidungen. Und bei 80 MHz Kanalbandbreite kann man zumindest vier Access Points komplett unabhängig voneinander betreiben. Das ist halt einfach schon sehr interessant. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an mit Kanal 36 versus Kanal 100, wieder bei 160 MHz Kanalbandbreite. Da sieht man die Ergebnisse, die wir eben gesehen haben, nochmal im Vergleich direkt. Und da kann man erkennen, was für einen Riesenunterschied das tatsächlich dann in der Performance ausmacht. Damit sind wir soweit die WLAN-Testergebnisse dieser beiden Systeme durchgegangen. Und ich glaube, man kann relativ gut sagen, dass die Performance für die Ausstattung ganz gut ist. Also es ist jetzt nicht verkehrt. Man muss hier natürlich ein bisschen auf die Charakteristik achten. Den kann man natürlich sehr universell einsetzen aufgrund des Antennenaufbaus. Antennenaufbaus hier sollte es dann eigentlich wirklich der Aufbau sein, dass man das System an der Decke befestigt. Das ist die optimale Position für den EBA 63. Dann haben wir als nächstes natürlich noch das Thema Leistungsaufnahme. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal in verschiedenen Szenarien an. Angefangen erstmal mit einem Überblick über die Modelle EBR 63, also dem normalen Router mit WLAN, dem EBA 63, also dem Access Point und dem EBG 15, also den kleinen Router ohne WLAN. Und da sieht man jetzt die Ergebnisse für Leerlaufbetrieb, für den WLAN-Lastbetrieb und den VPN-Lastbetrieb. Also je nach Systeme sind halt unterschiedliche Testergebnisse hier relevant. Und da kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Systeme durch die Bank sehr energieeffizient sind. Und das gefällt mir natürlich gut. Das heißt also, hier kann man wirklich problemlos dann auch ein größeres Setup aufbauen und hat wirklich einen geringen Energiebedarf. Zu den Lastergebnissen jeweils noch die Information, dass eben der Datendurchsatz unter WLAN-Last im 5 GHz Band mit Vollauslastung erzielt wurde. Das ist in jedem Fall dann um die 1 GB Datendurchsatz. Und unter VPN-Last haben wir halt den WireGuard-Einsatz. Zu den Testergebnissen kommen wir aber gleich noch. Dann haben wir noch die Leistungsaufnahme mit dem ExpertWiFi EBP 15, also dem POE Plus Switch. Das Ganze getestet mit einem Access Point und zwei Access Points. Da kann man sehr schön sehen, dass der Leerlauf da auf jeden Fall echt gering ist und unter WLAN-Last das Ganze auch recht überschaubar ist. Was man natürlich hier ganz klar erkennen kann, ist natürlich, dass es skaliert sehr gut über mehrere Access Points. Völlig klar, wie das immer bei solchen POE-Switchen ist. Also, je mehr Access Points ihr am Einsatz habt, desto schneller lohnt sich halt so ein POE Plus Switch. Das muss man ganz klar sagen. Damit sind wir die Leistungsaufnahme soweit durch. Und wir kommen zum nächsten Testergebnis und zwar dem Thema VPN-Performance. Das Ganze getestet mit dem EBG 15, also dem Gigabit-VPN-Router und dem EBR 63, dem Komplettpaket mit WLAN und so weiter und so fort. Die Testergebnisse sind hier natürlich unterschiedlich, weil es andere Hardware ist und das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Hier kann man sofort erkennen, dass die VPN-Performance und hier in diesem Fall natürlich unter Verwendung von WireGuard das VPN-Protokoll mit dem EBG 15 einiges höher ausfällt. Gerade im Upload ist das nochmal ein gutes Stück performanter mit dem System. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass beide Systeme durchaus genug Leistung für die allermeisten Szenarien bieten. Wer natürlich wirklich einen sehr viel höheren Datendurchsatz haben will, der bekommt aktuell in der EBR-Serie aber nicht viele Alternativen mehr und muss dann gegebenenfalls auf zukünftige noch stärkere Modelle warten, insofern die denn kommen. Aber ich denke, für die allermeisten Anwendungsfälle, die eben die Expert-WiFi-Serie bietet, ist das mehr als genug Performance. Dann sprechen wir noch über die Konfiguration, die typischerweise so ist, wie man das von Asus-Systemen eigentlich erwartet. Das heißt, wir haben natürlich Asus WRT als Basis, aber in der Expert-WiFi-Serie natürlich mit leicht angepasster Oberfläche. Das heißt, sowohl die App ist eine andere als auch zum Beispiel das Dashboard. Wenn wir aufs Dashboard schauen, dann erkennt man sofort, dass es eigentlich ganz anders aussieht als bei den typischen Asus-Routern. Der Unterbau ist halt der gleiche. Aber ich finde das neue Web-Interface, zumindest bei der Asus-Expert-WiFi-Serie, sehr übersichtlich. Es gibt da direkt ein paar wichtige Informationen und gefällt mir soweit gut. Dann haben wir natürlich links die weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Dabei sind die wichtigsten Funktionen ausgegliedert und dementsprechend direkt aufrufbar, wie zum Beispiel die Funktion rund um das Thema VLANs, die hier Self-Defined Network heißt, was ein bisschen unglücklich ist, weil das SDN ist. Und da gibt es natürlich auch noch eine andere technische Bezeichnung, die diese Abkürzung verwendet. Sei es drum, hat Asus hier so gemacht und da kann man eben die VLANs und die WLAN-Netze und so weiter anlegen. Das Ganze ist ziemlich einfach und ist natürlich identisch zu der Guest-Networking-Pro-Funktion, die es bei manchen Privatkunden-Asus-Systemen auch gibt, wie zum Beispiel dem Asus ROG Rapture GTBI 98, das das erste System ist, wo die Funktion bei Privatkundensystemen eingeführt wurde. An dieser Stelle auch nochmal der Test verlinkt. Ja, vom Prinzip her also eigentlich sehr übersichtlich. Schön finde ich dabei auch die Überarbeitung der Load-Balancing- und Backup-Funktionalität. Normalerweise hat man ja die sogenannte Dual-WLAN-Funktion, wo man bei Asus-Routern eben eine Backup- oder eine Load-Balancing-Konfiguration grundsätzlich aktivieren kann bei den allermeisten Modellen. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen anders. Zum Beispiel der EBG 15 verfügt halt über bis zu drei Netzwerk-WLAN-Ports, also als RJ45-Port und er hat noch die USB-Schnittstelle, wie schon genannt. Und damit kann man eben verschiedene Konfigurationen machen. Die Dual-WLAN-Funktion ist aber trotzdem so ein bisschen präsent. Das heißt, ich kann hier jetzt zwei WAN-Gruppen bauen. Die erste Gruppe könnte zum Beispiel ein Load-Balancing beinhalten aus zwei WAN-Schnittstellen und dann können wir noch zusätzlich eine zweite WAN-Gruppe definieren. Die könnte auch den USB-Port und den letzten, also den dritten WAN-Port beinhalten. Das heißt, da könnte man einiges bauen und dann eben zum Beispiel zwei Load-Balancing-Gruppen einrichten, wobei dann eben die erste, die primäre ist, die dann also primär genutzt wird und die zweite als Backup-Verbindung zur Verfügung steht. Man kann hier auch ein paar Einstellungen setzen, wann soll denn zum Beispiel die Backup-Verbindung dann aktiviert werden. Man kann hier nämlich auch hingehen und sagen, okay, ich mache die Gruppe 1 mit zum Beispiel WAN-Port 1 und WAN-Port 2, habe dort ein Load-Balancing aktiv. Und wenn jetzt zum Beispiel WAN-Port 1 ausfallen würde, dann würde er trotzdem einfach WAN-Port 2 verwenden und nicht direkt die zweite WAN-Gruppe als Backup dann verwenden. Oder ich möchte das eben so haben, dass er sofort dann wechselt. Also man kann da so ein paar Einstellungen setzen. Das finde ich ganz gut gemacht. VLANs können übrigens auch dediziert angelegt werden. Also man muss nicht unbedingt die Self-Defined-Network-Funktion verwenden, also wo man dann direkt eine SSID und so weiter anlegt, sondern man kann auch in der normalen LAN-Konfiguration auf VLANs direkt anlegen. Dann liegen die aber nur vor für die Netzwerk-Ports. Das ist halt der Unterschied und man kann die dann zuweisen. Das ist hierbei auch wichtig, wenn ich eben jetzt hier zum Beispiel diese Gruppe habe, dann lege ich das alles im Gateway an, also im EBG-15, also im Router. Und im EBP-15 führe ich keine Konfiguration durch, sondern das wird über den Router dann verwaltet. Ich habe dann dort die Möglichkeit, auch die Netzwerk-Ports des Switches zu konfigurieren über den Router, was ich ganz gelungen finde. Ansonsten könnte man theoretisch aber auch auf den Switch zugreifen und dort alles händig anlegen. Aber das macht natürlich innerhalb des Expert-Wi-Portfolios dann keinen Sinn logischerweise. Einen Punkt gibt es aber beim Switch, der ein bisschen doof ist. Und zwar, wenn wir eine sehr alte Firmware drauf haben, dann hat es zumindest bei mir nicht funktioniert, diese zentral zu updaten über den Router. Da musste ich tatsächlich dann drauf zugreifen und den händig updaten. Da war aber wirklich noch eine ziemlich alte Firmware drauf. Sollte man vielleicht wissen, dass das im Notfall erforderlich ist. Aber ansonsten, wie gesagt, kein Problem an dieser Stelle. Was vielleicht noch spannend ist beim Thema Konfiguration ist, oder mehrere Punkte sind das. Wir können natürlich ein EBR 63 sowohl als Router verwenden, als auch als Access-Point, als auch als Repeater. Da haben wir also verschiedene Möglichkeiten. Und hier beim EBR 63, den wir natürlich als Repeater oder Access-Point nutzen können. Dort haben wir auch die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, ziemlich spannend, den eben als Controller zu nutzen. Das heißt, ich kann auch eine Infrastruktur aufbauen, nur mit den Asus Expert-Wi-Fi-Access-Points und lasse dann einen davon als Mesh-Master eben die Kontrolle über das gesamte System übernehmen. Das ist tatsächlich möglich. Finde ich auch ziemlich cool. Man kann den EBR 63 auch komplett stand-alone verwenden. Also da sind verschiedene Szenarien denkbar. Und das finde ich auch ziemlich gelungen. Einen besseren Überblick nochmal über die Expert-Wi-Fi-Konfiguration gibt es noch im EBM 68-Video. Oder, und jetzt wird es richtig interessant, im kommenden Video, also nicht sofort kommend, aber innerhalb der nächsten Monate kommend, und zwar für ein System, das ich richtig, richtig spannend finde. Und zwar haben wir hier ja jetzt einen Router und einen PoE-Switch. Und es wäre doch viel interessanter, wenn das ein System wäre. Und so ist es nämlich beim EBG19P. Das ist vielleicht der spannendere Router im Vergleich, weil das System hat dann neun Netzwerk-Ports, davon acht Stück mit PoE-Plus-Energieversorgung auf Netzwerkschnittstellen-Seite. Und dementsprechend können wir dann eben hingehen und anstelle von zwei solchen getrennten Systemen ein System verwenden, einen Router mit integrierten Ports, also PoE-Plus-Ports, wo wir dann die Access-Points direkt darauf abschließen können. Das ist natürlich nochmal ein bisschen interessanter, werden wir uns mit Sicherheit hier noch anschauen. Und da werden wir uns dann die Konfiguration auch nochmal etwas genauer anschauen. Kommen wir aber ins Fazit zur Asus Expert-WiFi-Serie. Wir haben Testergebnisse gesehen, wir haben über die Konfiguration gesprochen, wir haben uns die Systeme angesehen. Ja, was will man jetzt noch groß sagen? Vom Prinzip her folgendes erstmal. Ich finde das Line-Up jetzt schon sehr vollständig. Wir haben Access-Points, wir haben einen All-in-One-Router, wir haben einen getrennten, also einen einzelnen Router, wir haben einen Switch und wir haben das Mech-System EBM 68. Und dementsprechend kann man sehr, sehr viele Szenarien mit der Expert-WiFi-Serie schon abbilden. Das finde ich grundsätzlich ziemlich cool und mir gefällt auch das, was Asus hier soweit macht. Eine spannende Ergänzung ist, wir können diese Systeme auch mit anderen Asus-Produkten kombinieren. Also wir müssen nicht zwingend hier im Expert-WiFi-Line-Up unterwegs sein. Das ist natürlich gerade bei dem Access-Points spannend. Der EBA 63 lässt sich natürlich auch an zum Beispiel einem GTB 98 betreiben. Also das ist kein Problem. Wichtig ist aber, wenn wir die VLAN-Konfiguration dann zentral ausrollen wollen, dann brauchen wir die Gästen natürlich in Pro-Funktion in unserem Asus-Router. Ansonsten kann er halt nur wie ein normaler Mech-Access-Point oder Repeater eingesetzt werden. Das sollte man halt wissen. Aber vom Prinzip her, ich kann den eben auch, und das finde ich richtig cool, an den normalen Privatkunden-Asus-Routern verwenden. Was sicherlich für den einen oder anderen eine tolle Ergänzung ist und das finde ich hier auch richtig schön, dass Asus da eben nicht irgendwo Riegel vorschiebt, dass du nur die Expert-WiFi-Serie untereinander kombinieren kannst oder nur die Zen-WiFi-Serie untereinander oder nur die RG-Modelle untereinander oder sowas, sondern kannst du komplett frei kombinieren. Und da ist natürlich dann auch für den Privatanwender der EBA 63 eine ganz, ganz interessante Ergänzung, weil wir jetzt endlich Access-Points im Asus-Portfolio haben. Kommen wir aber zur Bewertung der einzelnen Systeme nochmal, auch gerade in Bezug auf Preis und Möglichkeiten. Wir haben ja das Mech-System bereits gesehen, die EBM 68, die mittlerweile deutlich im Preis gesunken sind und für rund 310 Euro als Doppelset, also mit zwei Einheiten erhältlich sind. Das ist ein richtig attraktives Angebot, weil wir dort einen Triebandaufbau haben, ordentlich Performance und so weiter und so fort. Die Modelle hier, da ist es noch ein bisschen anders, die sind einfach jünger. Fangen wir mal an mit dem EBA 63. Den bekommt man zur Zeit für ca. 140 Euro und wenn man das jetzt mit anderen Asus-Systemen vergleicht, muss man natürlich schon sagen, dass wir in dem Preisbereich zum Teil deutlich stärkere Systeme von Asus bekommen, wie zum Beispiel die Tough Gaming Serie. Da bekommen wir für den Preis den AX 4200. Der ist natürlich einiges leistungsfähiger und besser ausgestattet. Aber wir haben natürlich nicht den Funktionsumfang der Expert Wi-Fi Serie und das ist halt hier so ein bisschen auch der Punkt. Trotz allem muss man sagen, dass ich erwarte, dass der Preis sinken wird und dann wird es richtig spannend. Ich finde den Preis für 140 Euro aktuell in Ordnung, ist aber jetzt nicht so ein Preisknaller. Wenn der Preis so auf, sagen wir mal, 120, 110 Euro sinkt, dann wird es richtig interessant aus meiner Sicht. Und dementsprechend, ja, ich glaube, der Preis wird auch noch ein Stück weit sinken. Das war bisher bei allen Asus-Systemen so, dass die, wenn die recht neu sind, einfach noch einen recht nahen Preis an der UVP haben und dann recht schnell im Preis sinken. Drei bis sechs Monate später geht da schon einiges. Kommen wir als nächstes zu den beiden Systemen. Hier starten wir aber erstmal mit dem Routermodell, dem Asus Expert Wi-Fi EBG 15. Den kriegt man für 80 Euro. Ich finde auch ein ganz interessanter Geselle für den Preis. Da finde ich den Preis fair. Man sollte aber berücksichtigen, dass man möglicherweise noch weitere Komponenten einfach benötigt. Aber Standalone, ein ganz interessantes System für den Preis. Dann haben wir den EBP 15 POE Plus Smart Managed Switch. Den bekommt man für ca. 85 Euro zurzeit. Wenn man das jetzt mit anderen Systemen auf dem Markt vergleicht, muss man natürlich ganz klar sagen, dass man da von Zeichsel, Netgear, TP-Link tatsächlich solche Smart Managed Switche mit vergleichbarer Ausstattung günstiger bekommt. Die kriegt man dort meistens im Preisbereich 50 bis 60 Euro. Trotz allem finde ich den nicht schlecht, weil wir ihn eben in das AI-Mesh mit integrieren können und damit eben das System zentral mitverwaltet wird. Und das kriegt man halt mit einem anderen Switch nicht hin. Trotz allem, ein bisschen günstiger darf er noch werden. Ich denke, wenn er so bei 70, 75 Euro landet, dann ist er schon richtig spannend in so einem Setup rund um Expert Wi-Fi Systeme. Ein Kritikpunkt aber noch und ich glaube, da liegt auch tatsächlich Potenzial, das System auch günstiger anzubieten. Und das ist hier tatsächlich die Verpackung, die ist riesengroß, wie man hier schon sieht. Und das liegt daran, weil wir unfassbar viele Kabel mit dabei liegen haben. Und ich rede hier nicht von LAN-Kabeln, sondern von Stromkabeln. Das heißt, wir haben ein externes Netzteil und da können wir das Kabel zur Steckdose austauschen. Und hier liegen tatsächlich drei Kabel dabei. Einmal für ein typischer Schuko-Stecker, wie wir ihn hier in Europa in den allermeisten Ländern einsetzen. Dann gibt es einen Stecker für Großbritannien und Amerika. Und dann zu guter Letzt auch noch einen Typ-J-Stecker für die Schweiz. Und da muss ich persönlich schon sagen, das muss ja nicht unbedingt sein. Bringt auch einfach drei Versionen von dem Teil raus und dann ist da nur ein Kabel dabei. Und dann ist das System nochmal ein bisschen günstiger. Und letztendlich die Verpackung kleiner, der Müll geringer und so weiter und so fort. Das finde ich ein bisschen schade. Das könnte man auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Und dann haben wir natürlich noch den Expert Wi-Fi EBA63, den Access Point. Ich finde den Access Point richtig cool. Der ist gut verarbeitet. Die Performance ist soweit solide. Das wirkt alles erstmal schick. Für mich, das Problem ist der Preis, 160 Euro aktuell im freien Handel, das ist aus meiner Sicht zu hoch. Wir haben vor kurzem ja den Wi-Fi 7 Access Point von Zeixx gesehen mit 2,45 GHz Band, 320 MHz Support, zwei 2,5 Gigabit Ports und so weiter und so fort. Das ist ein richtiges kleines Hardware-Schlachtschiff. Und den bekommt man für 200 Euro hier an dieser Stelle auch der Test. Und da sind 160 Euro im Vergleich natürlich schon sehr hoch gegriffen. Ich persönlich sehe den EBA63 so im Preisbereich 100 bis 120 Euro. Da fände ich ihn sehr, sehr spannend und hoffe, dass der eben in diesen Preisbereich einfällt. Und dann ist das natürlich eine tolle Ergänzung. Nicht nur hier im Expert Wi-Fi Portfolio, sondern auch für die normalen Asus-Anwender. Also wer jetzt privat einen Asus-Router nutzt und einen Access Point braucht, der hat halt bisher einen weiteren oder weitere Router eingesetzt und kann jetzt aber wirklich auch einen Access Point einsetzen, den du schick an der Decke befestigen kannst, ohne dass der unangenehm auffällt. Und das ist natürlich eine tolle Ergänzung. Zukünftig kommt hier natürlich noch der genannte EBG-19P. Und das ist, glaube ich, dann die ultimative Ergänzung hier in diesem Line-Up. Da bin ich richtig gespannt drauf. Auf dem Großen und Ganzen gefällt mir gut, was Asus hier mit der Expert Wi-Fi Serie aufbaut, auch wenn wir hier und da über Preise sprechen müssen. Aber ich bin da guter Dinge, denn beim IBM 68 habe ich das ja auch schon kritisiert und der ist so stark im Preis mittlerweile gesunken, dass der echt richtig interessant geworden ist. Und das erwarte ich hier bei den anderen Systemen auch. Und dementsprechend bin ich da guter Dinge. Trotz allem, wenn man es zum aktuellen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Videos quasi, wenn man sich da die Systeme anschaut, dann muss man sagen, dass sie zum Teil einfach noch ein bisschen zu hoch im Preis liegen. Das sollte man vorkaufen natürlich berücksichtigen und sich dann nochmal genauer anschauen. Und ja, im Großen und Ganzen war es das aber soweit zur Expert Wi-Fi Serie. Jetzt interessiert mich natürlich an dieser Stelle noch deine Meinung zu den Systemen. Schreib mir dazu gerne mal in den Kommentaren deine Meinung nieder. Da bin ich hochgespannt drauf. An dieser Stelle sind wir aber am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und weitergeholfen. Ich wünsche dir noch eine fantastische Woche und gerne bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.